In den ländlichen Gebieten von Laos haben mehr als 80 Prozent der Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Sie müssen entweder teures Flaschenwasser kaufen oder vorhandenes Wasser über offenem Feuer abkochen, was den Wäldern schadet und die Umwelt mit CO2 belastet. TerraClear ist ein Unternehmen, das sich der Lösung dieses Problems widmet und eine Alternative anbietet. In der Firma mit Sitz im Süden des Landes werden mit Silberionen beschichtete Keramikfilter hergestellt. Diese können Wasser über Jahre hinweg zuverlässig filtern. Bei einem Preis von 45 Euro pro Filter gibt es in den entlegenen Gebieten von Laos jedoch immer noch Familien, die sich keinen Filter leisten können. Um diese Familien zu unterstützen, haben wir bei TerraClear ein neues Programm gestartet. TerraCare. TerraCare bietet bedürftigen Familien die Möglichkeit, einen Wasserfilter zu einem Preis von 5 Euro zu kaufen. Jede Familie, die an diesem Programm teilnimmt, erhält neben einem Filter auch eine Schulung in Sauberkeit, Hygiene und gesunder Lebensführung. Mit der Entscheidung, am TerraCare Programm teilzunehmen, entscheiden sich die Menschen somit auch für Würde, Gesundheit und eine bessere Zukunft. Um die verbleibenden Kosten der Filter zu decken, brauchen wir Ihre Unterstützung. Mit einer Spende von 40 Euro geben Sie einem ganzen Haushalt in Laos für viele Jahre sauberes Trinkwasser. Helfen Sie uns, unser Ziel zu erreichen und das Grundrecht auf sauberes Wasser für 10.000 Familien zu verwirklichen. Machen Sie mit uns zusammen einen Unterschied.